Machen wir mal damit weiter. Ich dachte, das wird irgendwie so ein kleines Zwei-Folgen-Projekt. Und dann sowas. So, fangen wir mal diesmal... Ja, fangen wir diesmal beim kleinen Jungen an und arbeiten uns dann zum älteren Menschen vor. Nobody can teach us anything. Others can show our things, but only... Die Ladebildschirme sind zu schnell. I'm grown up now. Hey, Teddy. Soft, so many memories. Soccer. I can improve. I like to play with... Das heißt Football! Plasma Boy. My Hero. Swophouse. Messy, funny games. Oh! Hallöchen. Fear, Monsters, darkness. Oh no, that monster again. He's going to get me. I have to run away. Dann machen wir das... Oh Gott. Woho! Da war einfach mal so ein Loch dazwischen. Ohohohohohohohohohohohoho. Der kann aber gut springen. Oh Gott. Jump'n'Run, ne? Ohohoi! Ja, das denke ich mir auch manchmal in meinen Träumen. Okay, wir gehen direkt hier drauf. Demons. Will I ever be able to beat him and win my fears? Ah, wir haben sozusagen den Albtraum nicht überlebt und sind wieder aufgewacht. So. I am grown up now, why do my parents send me to bed so early? Deswegen. So. Jump'n'Run. Ich bin so verdammt gut. Hallöchen. Das ist der Drache, den wir besiegt haben. Dann mal los. Oh, diesmal nicht auf das Loch reinfallen. Genau, diesmal nicht durch das Loch fallen. Damn it! Ja. Nicht, wenn ich so scheiße spiele. Nicht, wenn ich so scheiße spiele. So. Bestimmt, weil du ein böser Junge warst. Oh. Also gut, Dinge sind ja bekanntlich drei. Lauf! Sollte Shift gedrückt halten! Lauf! Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Konzentration, meine Freunde. Nein! Shit! Damn Monsters! So. Okay. Ähm. Ja, komm. Nochmal. Bestimmt, weil du böse warst. Ja, ja. Ich weiß es ganz genau. Hallöchen. Yes. I have to run. Oh, das verfolgt uns! Ja! Das ist doch nicht mit allzu langsam machen. Ach, zu Schande. Mach das sowas nicht mit mir. Mach doch sowas nicht mit mir. Uh, uh, uh. Hm, ich, ähm, na, ich spure das mal eben vor an die Stelle, wo ich durchkomme, ja? Oder ich mach' einen kleinen Schnitt, eins vor beiden. Yay, jump, run! Ich bin ein Größer, warum haben meine Eltern mich so früh zu beden? Ihr könnt mal meine Verzweiflung mit ansehen, wenn ich das spiele. Oh no, das Monster wieder. He's going to get me, I have to run. Alles klar. Then we run. Run! Run, run! So. Das ist ja inzwischen hier easy. Easy going. Ah. Guck mal da. Ich hab's inzwischen relativ weit geschafft, aber... Ähm. Wir rennen ja quasi vor unserer Angst weg. Äh, beziehungsweise vor unseren Ängsten. Wups. Und dadurch wird der Weg immer komplizierter, immer steiniger, schwieriger, immer holpriger, immer mehr Jump-Passagen. Was mir natürlich so überhaupt nicht zugutekommt. Ja. Okay. So, ich nehm das dann jetzt, das nächste, was kommt, ist dann das, wo ich durchkomme. Ich nehm das jetzt übrigens seit 20 Minuten auf. Langsam wird man dösig im Kopf. Hallöchen, mein pinker Freund. Ich nehm das jetzt. So, kurz laufen, jetzt kommt gleich wieder eine Jump-Passage, immer mit der Ruhe. So, okay, bis hierhin kenne ich es noch, ja, da kenne ich auch alles noch und jetzt wird es gleich richtig fies, genau deswegen, weil wir müssen entscheiden, wo wir langspringen. So, okay. So, wenn ich jemand einfach von dem Shooter träumen können, warum Jump-Run? Ein verficktes Jump-Run? Oh Gott, alles neu. Oh, Sicherheit geht vor. Oh Gott, ja, ja. Und jetzt kommt der Drache und frisst uns. So, ganz zum Schluss. Ah, was ist los? Hello, my parents. Oh, das sieht ja furchtbar nett aus. Hi. Mom, Dad, save me. Tja. Katao. My parents will always protect me from anyone and from anything. I am so lucky that I have them. Ich lasse die Facecam jetzt mal an. Gucken, was noch so kommt. Bitte kein Jump-Run mehr. Bitte träum dich von dem Jump-Run. I can rest at last. Every day is a hard day, but today I did my best. Das ist gut, wenn du dein Bestes getan hast. My love so beautiful, she's sleeping. Fantastic place, peace, present. Anxiety, oh. Bad foreboding, dread. War das so ein indianischer Traumfänger? Wait a minute. There's something strange. What's happening? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, sie zu Hause, aber anscheinend in einer anderen Dimension. How did they end up there? They're in danger. I have to reach them. Oh. Die Angst, sie zu verlieren und veröffentlicht der Jump-Run. Oh, und es geht auf Zeit. Oh, und er sieht den Weg vor sich nicht. Oh. Kann ich? Ich kann nicht jumpen. Oh. Er kann nicht. Er sieht den Weg nicht, wie er da hinkommt. Oh. Er sieht den Weg nicht, wie er da hinkommt. Ähm. Okay, hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Okay, gehen wir mal. Können wir hier lang gehen? Nein, können wir nicht. Äh. Wie unangenehm. Wirklich äußerst unangenehm. Aber, oh Gott sei Dank. Zeit läuft nicht ab. Das Geld versperrt den Weg, ja. Geld kann trotzdem keine Sicherheit garantieren. So, aber hier kommen wir doch wieder zu den Bäumen. Genau. Die versperren uns ja den Weg. Und hier ist ein Feierabend. Wie kommen wir da hin? Das ist eine sehr gute Frage. Alter, wie deep dieses Spiel einfach ist, ne? Gehe ich jetzt mit Absicht nicht rein? Oh. Ach, das war das Kinderzimmer von dem Kleinen. Dachte ich mir, dass hier jetzt nix kommt. Oh. What? No, no, no. Vanished. Oi, 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 oi. Oh mein Gott, die Zeit läuft doch ab. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich halte solche Art von Rätsel. Die gehen gar nicht, meiner Meinung nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh my. Ah, time expires. Ich komme nie weiter. Hier komme ich doch wieder bloß zu dem anderen zurück. Ich kann ihn schreien. Wir müssen stark sein. Ich komme, um dich zu retten. Haben wir jetzt verkackt? Mein Sohn. Oh, willst du mich verarschen? Wow. Das kam unerwartet. Oh, ich krieg gerade so eine übelste Motion Sickness. Ah. Not now, I have to save them. Nein! Time is expired. Couldn't save my family. It feels surreal. I don't want this to happen again. Not even in dreams. Alter, ich hasse solche Spiele. Ich will nicht wissen, was der Alte träumt. Hi. Was geht ab?